Ellen Wake. Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play und zwar Ellen Wake mit meiner Fratze hier. Wie seht's? Meine Fratze ist auch mit dabei. Ja, ich habe gedacht, ich werde einfach mal ein Horrorspiel spielen und ich glaube, das dürfte euch nicht entgehen lassen. Ich und Horrorspiel, wir ziehen uns das einfach mal rein hier. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Einführung, sagen wir es mal so. Okay. 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 Ellen, warte. Okay. Jetzt beliebige Taste drücken, das machen wir einmal. Spiel fortsetzen steht hier. Ich habe das Spiel schon mal angetestet, damit ich nicht ganz wie Noob hier rangehe. Wir machen einmal ein neues Spiel. Auf was spielen wir? Leicht, Normal oder Albtraum? Ich würde sagen, Normal. Spielen wir mal Normal. Voll Normal, ey. Steven King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran. und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Wow. Ouch. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Okay, der ist weg. Letztlich war seine Leiche weg. Folge 1. Albtraum. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Okay. Sehen Sie zum Scheinwerfer auf. Mit Pause. Drehen Sie die Kamerasteuerung, Umkehr nach oben und unten zu sehen. Nö. Sie können die Kameraeinstellung in der Anzeige der Menü-Option ändern. Gehen Sie... Ich glaube... Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um zu brennen. Kontrollpunkt... Kontrollpunkt erreicht. Da 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 da. Okay, da hinten ist der Leuchtturm. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Zum Leuchtturm gehen. Uiaiaiaia... Oh nö. wow doin wuffl� geworden wenn du dat mit glaubt dass measure hallo wenn in hallo wo hallo Oh, 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 oh. Sie haben den Termin, aber nein. Sie können Angriffen ausweichen. Okay, Schalteser. Da, da, da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist mir auch so. Sie können mich nicht aufhalten. Noch einmal aus. Noch, weichen Sie noch einmal aus. Weichen noch einmal aus. Oh, nein, 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 nein. Wow, voll in die Fresse. Oh, da, 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 da. Okay, ausgewichen, ausgewichen. Gut gemacht. Hey, okay. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Alter Falter. Leck mich doch am Eiersackchen. Oh, 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 oh. Oh, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich laufe, 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 ich laufe. Ich leufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Schneller. Manu. Manue Ende hier. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja, ich lach da schon! Hetz mich nicht! Dann geh schneller! Ja, ist doch gut! Oh nein! Stopp! Nein! Nein! Verfluchst! Nein! Nein! Scheiße! Hau hauptlos ab! Ich saß fest, es gab keinen Kommen Tja, scheiße, Alter! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Die Pitte war eine Todesfalle! Ich musste raus! Alter! Wow! Ich laufe! Ich laufe! Ich laufe! Ich laufe! Ich laufe! Sie sind verletzt! Sie sollten ins Licht gehen! Ja, ich laufe! Sind Sie sicher? Ja! Ich geh, ich geh, ich geh! Hopp, 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 hopp! Ah! Hey! Hey! Scheiße! Gut gemacht! Ich muss Ihnen etwas wichtiges erzählen! Rück raus! Es lautet so, denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellenwilder und doch ruhiger Wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht! Ich bin in ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Enkelheit ist gefährlich, noch schläft sie. Wenn sie spät, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist blödlich Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkeln kontrolliert. Oh! Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Lass mich mal durch. Nur Licht kann die Dunkelheit verteilen und ihn wieder verwundbar machen. Hier, die Lampe. Geben Sie die Lampe auf. Lampe? Wo ist die Lampe? Alter, gib mir die Lampe! Nur das Licht kann die Finsternis verteilen. Wow. Das ist so einfach. Richten Sie die Taschenlamba auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Ehe nehmen Sie die Waffe. Wow. Wow! Okay. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Scheiße, dein Traum hättest du behalten können. In dem Alptraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Alter! Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Ja. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe Gänsehaut. Scheiße. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Lass mich ihn holen. Lass mich ihn holen. Wow! Fett! Jetzt! Pau! Woah! Woah 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 woah! Woah, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Bitte lass mich in Ruhe! Komm schon, komm schon, komm schon! Wir sind einfach so schön! Haben wir da noch was? Wie? Steu ich nicht mehr. Steu ich nicht mehr, steu ich nicht mehr. Hey, ich scheiß mich ja bald in die Hose wegen euch. Ich kriege einen halben Herz, Kasper. Wer ist hier? Alle, mach auf. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Ja. 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 Ja.